Mir gefällt ganz besonders gut, dass wir einen erfahrenen Veranstalter haben, der einfach auch immer wieder fragt, was wünschen sich die Teilnehmer und auch tatsächlich darauf reagiert und nicht nur fragt. Und ich finde es toll, dass man sich mit Frauen austauschen kann, die einfach wirklich auch Berufserfahrung haben. Und manchmal ist es ja gut, wenn man das möchte. Ich finde, es ist auch mal gut, unter sich zu sein und wirklich zu sagen, wir sind gestandene Mitarbeiterinnen, wir sind gestandene Assistentinnen und das ist ein ganz besonderer Mehrwert. Aber es wäre sehr wichtig, dass wir hier noch ein bisschen mehr tun haben. Und wenn wir uns jetzt etwas interessiert, dann kommen wir uns auf die Sitzung und